Einmischung erwünscht heißt für mich Teilhabe. Viel zu oft denken wir, dass wir nicht in der Position sind, Dinge zu verändern in der Gesellschaft und fühlen uns nicht ermächtigt genug, um teilzuhaben an der Gesellschaft, um uns einzumischen. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir davon wegkommen zu denken, dass Politik woanders passiert als bei uns. Wir können überall was verändern. Wir müssen uns viel, viel mehr organisieren, viel mehr Raum nehmen und aktiv Gesellschaft gestalten. Und das ist für mich eine Form des Einmischens, eine Form der Teilhabe und auch eine Form der Selbstermächtigung, die wir viel mehr praktizieren müssen.